willkommen im hotel ciria in den spanischen pyrenäen hier in dem ort benasque bin ich gerade eben angekommen und zeige euch gerade mal das zimmer 209 wenn man zur tür reinkommt hat man hier zur linken rechten seite das badezimmer hier mit toilette und bd die badewanne mit dusche schön groß eine heizung mit handtuchhalter und hier dann das waschbecken einen schönen großen spiegel und auch einen kleinen schminkspiegel sehr schön ja dann gehen wir hier mal rein haben wir hier gleich hat den flatscreen fernseher und hier drin ist da eine mini bar es könnte eine mini bar drin sein aber hat einen kühlschrank zur verfügung dann ein großer schrank ja der ist auch sehr ordentlich groß mit einem kleinen tresor dabei genügend spiegel das reicht um hier einen ordentlichen skiurlaub zu verbringen der platz ist gut da haben wir eine kleine sitzgelegenheit eine couch hier auf der seite ist dort der schreibtisch und dann natürlich das schöne große doppelwert hier auf der seite im hotel ist kostenlos wlan verfügbar das passwort ist extrem kompliziert ein zugreifen 567890 für alle die hier mal einchecken wollen oder auch nur vor der tür stehen hier gibt es freies wlan zum einwählen ja ein großer anziehspiegel noch dazu und das ist schon das zimmer 209 im hotel ciria in venascua übrigens hier in der nähe ist eine kleine chocolateria dazu schreibe ich dann auch noch mal einen artikel die chocolateria bresco francesco bresco sehr 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 lecker und empfehlenswert ich habe hier mir einen beutel trinkschokolade mitgenommen und werde die dann daheim lecker verkosten oder trinken ja soviel dann von hier und alles weitere dann später noch ciao servus